Hallo, ich bin Aron. Ich bin jetzt seit dem Sommer hier in Flensburg. Bisher hatte ich eine gute Zeit hier, eine lehrreiche Zeit. Ich habe viel spielen dürfen, auch bedingt durch Verletzungen. Aber ich glaube, dass ich sehr viel jetzt schon gelernt habe und mitgenommen habe. Aber persönlich finde ich, dass ich viel erleben durfte. Und wie gesagt, ich glaube, dass auch durch einige vielleicht etwas schlechtere Erlebnisse, da kann ich was mitnehmen. Und alles in allem habe ich mich weiterentwickelt, glaube ich. Die ersten Heimspiele waren natürlich ein cooles Erlebnis, in der Flens-Arena spielen zu dürfen. Aber jetzt kann man nochmal merken, dass in den letzten zwei Spielen, wo auch wieder deutlich mehr Zuschauer da waren, dass das nochmal etwas ganz anderes ist. Und das hat wirklich gut getan. Das gibt Energie. Das merkt man in der ganzen Mannschaft, das merkt man in unserem Spiel. Und so eine Halle gibt es, glaube ich, auch nicht nochmal. Deswegen macht es echt Spaß, hier zu spielen. Ich hatte natürlich recht hohe Erwartungen an die SG. Das ist klar dadurch, dass es eine Spitzenmannschaft ist, eine der besten Mannschaften der Welt. Und dass da alles nochmal ein Ziel professioneller war, das hatte ich auch so erwartet. Und das ist auch so, das merkt man. Man merkt auch, dass hier hohe Erwartungen im Training sind. Also wir haben hohe Erwartungen als Spieler, die Trainer haben hohe Erwartungen. Das ist einfach so. Und das ist cool, ein Teil davon zu sein auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt mich etwas besser kennenlernen können. Macht's gut. Tschüss.